herzlichen willkommen liebe zuschauer zum trading tipp dem letzten in dieser handelswoche umweltaktien sind im moment in aller munde und dazu zählt auch enkavis wir sehen die aktie wie sie auf ein sechs monats hoch zusteuert wenn nichts gerade gemalt hätte hätte man auch das besser gesehen egal 21 57 war bisher das hoch jetzt sind wir bei 21 67 und aufgrund des momentums was in der branche vorherrscht glaube ich ja fast felsenfest dass wir hier oben rausgehen und weiterlaufen wir schauen uns mal den zwei jahres chart an wohin die reise gehen kann wenn wir eben dieses kaufsignal das wir heute möglicherweise generieren wo die reise hingehen kann also hier nochmal auf schlusskursbasis sicht eben scheint es sich nach einem ausbruch darzustellen und wenn wir den schaffen dann haben wir luft hier in dem bereich 25 euro 16 18 16 17 prozent hier was die chance betrifft bis dahin und entsprechend gehen wir hier mit einem faktor long auf die long seite eben mit einem produkt unseres partners marian stanley die mc 5 w 0 u kostet aktuell 13 91 hat ein faktor von drei stopp kurs wie immer rund zehn prozent unter dem aktuellen kurs 12 50 würde ich hier empfehlen und dann ist man da eigentlichermaßen auf der sicheren seite wir schauen mal zurück auf die letzten empfehlungen eben seit letztem freitag das erste war waste management da hatten wir auf gute zahlen spekuliert die am mittwoch dieser woche eben kam ja was sagt man dazu die der trade ist voll aufgegangen wir sind über die 200 tage linie hinaus haben auch die 160 dollar marke überwunden jetzt ist das ziel das alte hoch bei 170 dollar also ich bin da auch hier überzeugt dass wir das noch erreichen können der schein von 13 54 auf 16 euro 05 gewinne laufen lassen stopp auf ein stand und dann ja einfach ja alle zwei euro mal nachziehen werbio noch besser gelaufen sie sehen es gleich die aktie hat richtig fahrt aufgenommen wir sind jetzt auch hier wieder über 200 tage linie sind auch über sechs wichtigen 60 euro marke jetzt haben wir hier im bereich 66 ein geb das noch zu schließen ist anschließend hier der bereich um 72 euro das thema synthetisch oder biofuels ist wieder in aufgrund der ganzen gas thematik also hier auf jeden fall weiter laufen lassen das sind jetzt von 293 auf 441 gestiegen das sind ja 50 prozent etwa hätte gesagt bei 25 prozent den stopp kurs platzieren auch hier würde ich auf jeden fall noch ein paar tage dabei bleiben am dienstag hatten wir einen zalando short der zeitweise 20 prozent und mehr im plus war auf ja ein bisschen zurückgekommen ist wir hatten den stopp kurs auf 450 angehoben der wurde mittlerweile gerissen das empfehlungskurs war 414 das sind um die acht prozent auch das ne ja erfolgreiche empfehlung sma solar natürlich mit dem solar oder mit dem mit dem mit der ganzen branche auch hier ja was soll man sagen super gelaufen wir sind über die 50 euro marke hinaus sind mittlerweile noch mal sieben prozent gestiegen der schein von 9 euro 17 auf 1104 hier stopp kurs auf einstand und gewinne laufen lassen je nach belieben kann man da natürlich auch ein bisschen höher gehen vom stopp kurs aber das sind jetzt 20 prozent auch hier seit seit mittwoch also hat sich durchaus gelohnt der trick gestern war es dann mercedes benz da haben wir immerhin jetzt mal den den spread verdient wir sind über diesem hoch es fehlt halt noch die die letzte dynamik ein garten runterschalten und dann gas geben um den bereich um fünf um 60 euro eben zu erreichen das war das ziel das erste ziel zumindest für mercedes benz wie gesagt hier noch nicht so viel passiert aber das kann noch werden wir auch wenn der dax jetzt vielleicht die 13.400 punkte marke überwindet dann glaube ich dass auch eine mercedes benz mit ziehen kann die kursziele sehen ja teilweise kurse von 90 euro vor also deutlich potenzial was die autobauer angeht nach der prognoseerhöhung kann ich mir vorstellen dass wir zumindest jetzt mal 60 65 euro erreichen ja die handelswoche war sehr positiv und ich freue mich schon auf nächste woche sie hoffentlich auch schönes wochenende bis montag tschüss ja 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 ja